Jetzt ist die Frage, was passiert mit Solana und das kann man nicht so einfach beantworten. Denn Solana bleibt weiterhin die zweitgrößte Krypto-Plattform für Smart Contracts, vor allem was NFTs angeht. Und es gibt immer noch sehr, sehr viel vielversprechende Entwickler und Projekte auf Solana, obwohl der Preis so tief ist. Aber ich glaube, der größte negative Faktor und warum Solana so gecrashed ist, ist, dass Solana mit FTX die zweitgrößte Börse im Rücken hatte. Und warum sollte irgendwer von diesen anderen großen Playern noch Wert darauf legen, Solana zu promoten? Das heißt, die Solana-Orderbücher werden weniger Liquide sein, das heißt, es wird viel weniger Marketing für Solana geben, wahrscheinlich auch weniger Kapitalzufluss, nicht mehr so viel wie davor auf jeden Fall.